Sonntagabend, Zeit für eine neue Gute-Nacht-Geschichte. Ab ins Bett, 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 der Kinder-Podcast. Hier ist euer Lieblings-Podcast, hier ist Ab ins Bett, ich bin Marco und auch am Sonntag gibt es das Recken und das Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang, spannt jeden Muskel im Körper an. Wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute Abend, bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 1230. Gute-Nacht-Geschichte bei Ab ins Bett, für Sonntagabend, den 7. Januar. Lucy und der Hund mit dem Ball Lucy ist ein ganz normales Mädchen. Es ist auch ein ganz normaler Tag, es kann sogar der heutige Tag sein. Lucy ist acht Jahre alt, sie ist lebhaft, sie ist abenteuerlustig und sie spielt, wenn sie Zeit hat, gerne im Garten. Am liebsten mag sie es, wenn sie da ihre Freunde beobachtet. Nicht irgendwelche Freunde, sondern ihre tierischen Freunde, mit denen spielt sie auch. Doch heute begegnet sie einem Hund und der wird ihr Leben so richtig auf den Kopf stellen. Lucy hatte nämlich den ganzen Nachmittag im Garten gespielt. Sie hat ihren alten Teddybären zum Picknick eingeladen, sie war mit ihm auf der Schaukel und sie hat sogar im Garten getanzt. Nicht mit dem Teddybären, der mag nämlich kein Tanzen, sondern mit ihren Lieblingspuppen. Zum Ende des Tages setzte sie sich noch auf eine Bank und sie sah die Abendsonne. Wie sie unterging, wie sich der Himmel verfärbte in ein wunderschönes Rot. Plötzlich fiel ihr auf dem Nachbargrundstück ein Hund auf. Der Hund hat ein auffälliges Merkmal. Er trägt einen kleinen roten Ball mit sich. Den hat er im Maul. Lucy ist fasziniert von dem Hund und beobachtet ihn, wie er mit dem Ball spielt. Immer wieder warf der Hund den Ball in die Luft und fing ihn wieder auf. Lucy war neugierig. Sie möchte den Hund nun kennenlernen und sie rief ihm einfach mal zu. Dort der Hund ignoriert sie und er spielt weiter mit seinem Ball. Lucy aber gibt nicht auf und sie versucht, den Hund noch mal zu rufen. Sie macht auf sich aufmerksam. Sie ruft und winkt. Im Garten findet Lucy noch einen alten Ball. Den wirft sie dem Hund zu. Aber der Hund interessiert sich nicht dafür. Jetzt zeigt sie ihm ihre Puppen. Aber auch dafür interessiert sich der Hund überhaupt nicht. Da ist Lucy enttäuscht und sie denkt, dass der Hund sie vielleicht gar nicht mag. Die Sonne ging weiter unter, draußen wurde es langsam dunkel und Lucy steht auf und möchte ins Haus zurückgehen. Doch plötzlich kommt der Hund auf sie zu und legt den roten Ball direkt vor ihre Füße. Da lächelt Lucy und sie nimmt den Ball. Sie war nun überglücklich, dass der Hund doch mit ihr spielen möchte. Gemeinsam spielen sie, bis es wirklich dunkel war. Den Ball werfen sie hin und her. So viel Spaß hat Lucy schon lange nicht mehr gehabt. Als es an der Zeit war, ins Bett zu gehen, verabschiedete sie sich vom Hund. Sie legte ihn bald zurück auf das Nachbargrundstück. Und sie war ein bisschen traurig, dass der Hund nicht bei ihr bleiben kann. Aber sie freut sich schon jetzt auf das nächste Spiel mit diesem ganz besonderen Hund. Von diesem Tag an spielt Lucy jeden Nachmittag mit dem Hund. Sie lernt, dass es manchmal Geduld braucht, um Freunde zu finden. Aber dass es sich lohnt. Der Hund mit dem roten Ball wurde zum besten Freund von Lucy. Und sie verbrachten unzählige Stunden zusammen im Garten. Lucy ist glücklich und dankbar für diese wunderbare Freundschaft. Und außerdem weiß sie genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett. Träumt was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr. Ab ins Bett. Punkt nett. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020